Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Skorpion Play. Ich spiele heute mal eine etwas andere Waffe und zwar spielen wir hier mal die Cuda mit dem Schalldämpfer. Und ich habe heute wieder eine Kleinigkeit zu erzählen und deswegen dachte ich mir eine Runde TDM, why not? Und zwar meine Freunde, geht es heute, oh mein Gott, um ein Thema, komm her. Alter, die Drops so schnell ist unglaublich. Es geht heute um ein Thema, was mich sehr freut, das ich jetzt bekannt geben kann. Und zwar werde ich schön die nächste Woche, also irgendwann innerhalb der nächsten Woche, werde ich schön ins Gaming House von Fab gehen. Für so ein, zwei Wochen oder so, also wahrscheinlich so anderthalb nach Ulm zu Anton mal wieder. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf, wieder wahrscheinlich eine richtig coole Zeit. Und ja, ich wollte es einfach mal ein bisschen erzählen. Es gibt natürlich wieder viele Fragen, Alter, ich habe viel zu laute Games haben. Ob ich dann irgendwie Fab join oder whatever, das sehe ich jetzt nicht. Aber es ist einfach so, um mit den Jungs zu chillen, aber auch ein bisschen mit den Jungs natürlich zu zocken. Klar, gehört natürlich dazu irgendwie, ich meine, es ist ja nicht umsonst das Gaming House. Ich bin einfach mal sehr gespannt, ob das ja Bock machen wird, aber das denke ich auf jeden Fall mal schon. Also ein paar Tage da zu chillen, so ein bisschen so zu tun, als wäre ich ein Fab. Ist sicherlich ganz lustig. Dauerhaft Fab ist natürlich, habe ich ja schon angesprochen, so eine Sache, die wahrscheinlich mit dem Skill ein wenig schwierig wird. Wobei ich es gerne halt ausprobieren würde, aber was kann ich denn, ja? So ein paar Tage mit den Boys zu zocken. Also gerade mit dem Gun Elite, mit dem Masti, verstehe ich mich ja super. Also wir sind echt auf einer Wellenlänge des Grauens bisher. Also wo wir gechillt haben, so viel gelacht und so viel erlebt schon. Obwohl wir uns quasi nur so eine kurze Zeit eigentlich kennen. Ich challenge jetzt mal nicht da oben. Alles klar, Digga. Deswegen cooler Dude und coole Chance mal so ein bisschen wieder mal in so einen YouTuber-Alltag zu kommen. Bisschen zu chillen. Oh, Gottes Willen, nicht sterben. Und so ein bisschen, ja, zu schauen, was da so abgeht. Scheiß Shotgun-Bastard. Auch so mit Kiwi und so wird das sicherlich eine sehr lustige Zeit. Einfach auch so ein richtig lustiger Typ. Hm, naja, komm mal her, Digga. Nein, 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 ich sterbe jetzt nicht von hinten. Das brauchst du gar nicht versuchen. So, ich würde ganz gerne jetzt mal... Oh, das war ein ganz böser One-Burst. In den Fuß, mit Großkaliber natürlich. In den Fuß gibt es anscheinend bei ihm auch mehr Damage. Normalerweise natürlich nur in den Kopf, aber er hat sich so ein... Special Patch reingebaut in sein Game. Da kann man sich natürlich nicht gegen wehren. Mitte steht... Da hinten, scheiß auf ihn, scheiß auf ihn, scheiß auf ihn. Man muss immer schön von oben kommen. Ja, das ist natürlich nett, dass du AFK bist. Erleichtert mir natürlich einiges. Oh weh, die spawnen jetzt hier weiter, ne. So, jetzt bin ich hinter zwei. Na, wo seid ihr? Einer ist da. Der andere ist weg. Okay, dann spawnen die jetzt sicherlich weiter hier. Da geht so... Hey lol. Da oben, der ist ja richtig Brain AFK, der Typ. So, komm, gehen wir mal da hinten challengen. Let's go. Oh. Oh, hinter mir, hinter mir. H2 sind hier drin. Spawnen die da? Nein. Perfekt. Das heißt, ich müsste jetzt hier Kills kriegen. Was ich übrigens noch ansagen wollte ist, ihr könnt auch gerne, ähm, das Video von gestern nochmal anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt, weil es war ja Silvester und ich glaube, es ist in der Subbox ein bisschen untergegangen, also man hat ja auch Silvester was anderes zu tun, habe ich im Video auch schon vorausgesagt. Ähm, auf jeden Fall mal auschecken, weil ich da ein paar wichtige Sachen gesagt habe, wo ihr euch auch auf meinem Kanal quasi beteiligen könnt. Von daher, auf jeden Fall mal dort vorbeischauen, würde ich euch empfehlen. So. Nein, nein, na, oh, Teammate, du hast meinen Arsch so gerettet, das ist ja unglaublich. Das ist ja unfucking fassbar. Ja, einen kriege ich nur, ne? Ne, zwei ist sehr gut. So, und jetzt wird direkt, äh, scheiße, das war nicht so gut, das war nicht so gut. Kommt her. War klar, dass du da kommst. Na, checkst du überhaupt, was hier passiert? Ne, das will ich nicht. Aber ich kriege ihn auch nicht. Das ist das Special Feature. So, da hinten ist einer. Der geht über die Seite. Ist hier noch einer? Ja. Ja, Leute, 24,5 ist der Endscore. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung dafür da. Checkt auf jeden Fall das Video von gestern nochmal ab. Und ja, wie gesagt, ich bin im Fab House. Falls ihr euch, falls ihr das feiert, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Dann will ich doch sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen.